Hallo miteinander, da ist der Fritz Steikunst aus Rotrisch. Was möchte ich euch in diesem Video sagen? Ich suche einen super guten neuen Mitarbeiter. Aber auf unserer Branche ist das so schwierig. Warum? Wir machen sehr spezielle Sachen. Die, die unsere Sachen schon gesehen haben, wissen, dass das, was wir machen, halt einfach wirklich speziell ist. Das heisst, du musst teamfähig sein. Du musst das Spezielle auch können und Freude an dem. Schau es dir doch mal an. www.sk-steikunst.ch Und wenn du dir sagst, ich bin auch ein selbstständiger Mensch und ich bin zukunftsorientiert und ich möchte gerne auch in der Grabmalkunst neue Wege gehen, dann gibt es nur eines. Dann bewirb dich bei uns. Wir sollten nämlich so klein wie möglich, vielleicht sogar die haben. Bewirb dich, schick die Unterlagen und nachher machen wir uns eine Terminabmalkunst, die du dir vorstellst und dann lässt du mein tolles Team kennen. Ich kann dir einfach eines sagen. Bei uns sind flache Hierarchien, weil jeder weiss, was er zu tun hat. Du hast dich angesprochen, noch einmal der Bewirbte. Danke vielmals, Fritz Steikunst. Und ich freue mich, dich zu sehen. Danke vielmals, ich freue mich.